Finnick? Bist du bei uns? Sieht so aus. Das sind ja kurze Flitterwochen. Ach, weißt du, wie es aussieht, verbringen wir die Wohle im Kapitol. Nachdem wir es erobert haben. Versammelt euch. Gruppe 451, ihr seid meine Einheit. Lieutenant Jackson ist meine Stellvertreterin. Jeder von euch ist auf einem Kampfgebiet Spitze. Wir sind aber keine kämpfende Einheit. Wir folgen den Fronttruppen im Abstand von einigen Tagen. Ihr werdet die Gesichter des Einmarsches auf dem Bildschirm sein. Auch Star-Trupp genannt. Es wurde entschieden, dass ihr am meisten nützt, wenn die Massen euch sehen. Das heißt, wir kämpfen nicht? Ihr befolgt Befehle, Soldat. Es ist nicht eure Aufgabe, Fragen zu stellen. Ja, Sir. Wir arbeiten zwar auf verlassenen Straßen, Meilen von der Front entfernt, aber ich garantiere euch, wo wir auch sind, wir sind immer in Gefahr. Es ist eine Kampfzone. Sicherlich stoßen wir sowohl auf aktive Kapseln als auch auf Friedenswächter. Ihr seid hochwertige Angriffsziele fürs Kapitol. Unserer Einheit hat man ein Holo gegeben. Damit lassen sich detaillierte Karten abrufen. Vom Kapitol und allen Kapseln, die uns bekannt sind. Diese Kapseln aktivieren verschiedenes. Bomben oder Fallen oder Mutationen. Was immer sie enthalten. Ihr Zweck ist es, euch zu töten. Ladies und Gentlemen, willkommen zu den 76. Hungerspielen.